Der Regen! Hier, den Heifen. Ich besorgte... ...einen Stimmungs... ...Regen. Naja... Also... Eigentlich ist der Ausdruck ja nicht ganz zutreffend. Der Effekt basiert auf... ...Thermochromie. Das heißt, der... ...Regen zeigt mir ja meine Körpertemperaturen als... ...als meine... ...eine Gefühle. Dann brauchst du den Zettel hier wahrscheinlich gar nicht. Ganz schön heiß. Ganz schön heiß. Romantisch. Eigentlich ist der Ausdruck ja nicht ganz zutreffend. Der Effekt basiert auf Thermochromie. ... 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